wir spielen heute mal nur zum fangburg aber wir haben nur pp also ein fehler bringt direkt ein job ender also wenn wir fehler machen dann endet auch das video und ja wir sind direkt auch schon mal sagen es schon mal sagen let's go ok leandro wir laufen jetzt auf jeden fall und sponst du ein auto ja ja ich mach so also wie gesagt es wird jetzt wahrscheinlich richtig ich hoffe mal wir machen aber gar keinen fehler das ist das beste was wir machen weil du musst halt auch aufpassen falls da irgendwelche blitze oder ampeln sind weil wirklich ein fehler bringt direkt zur jobkündigung servus und das wollen wir das heißt mit so mitte am besten immer sirene machen und sicher gehen und hier haben gerade die will gerade glaube ich jemand ausräumen schauen wir uns warten nicht er ist nicht aber ich glaube hier kennzeichen h n h n ist auch nicht direkt doch schon wieder abkommt ja wir haben leider sehr sehr wenig crimes hier auf dem server ist die an roten nicht einfach rattern ja schau mal hier vorbei der ist ja scheiß wie der ist ja scheiß wie krank jüngle hier ist auch keiner müssen auch wahrscheinlich auf unser handy gucken wahrscheinlich nicht lange dauern wir müssen jetzt immer auf unser handy gucken dass wir oh einer hat fünf sterne ja die ist gesucht ich war die reifen kaputt ich habe auch mit einer fahrzeichen zweiter fahrzeichen ich meine wache trinken oder flotter fahrzeichen auf du schon mal rein ich fahr' mein auto näher ran ich war schon ein 11 war gerade mit keinem wie ich schnell gefahren ja nein ich bin blitzen kein aber egal ist keine auf jeden fall immer nach oben war ein soviel spieler und wenn man sich oben in der feuerwehrstation soll ich ja nie eigentlich sprechen die feuerwehr oder reißen sind aber ich kann nicht alarm aber ich mach das noch mal ich mach das noch mal dann blende ich den aber wo sind die hier oben glaube ich irgendwas hier aber vielleicht ist die eine beim dealer vielleicht ist sie beim dealer könnte ich bin tot ich bin die stangen runtergerutscht bei der feuerwehr nicht runter gesprungen ja der notarzt direkt von der feuerwehr ich hoffe mal da wird mich jetzt hier ansonsten mein job beendet er ist einfach verlassen der notarzt ich dann ernst oder wende na endlich entlang hat das bitte gedauert bis er gecheckt hat dass er nicht ist ein kleines er ist doch gar nicht klar oder ja dann will ich noch weiterhin oder was doch der ist der ist der ist der ist nicht vts ist nicht mehr es nicht um mein gott ich hätte fast jetzt aber es ist nicht vor fünf sterne wie kann er die eigentlich so schnell verlieren machst du wieder weg steck ein lassen müssen hier wirklich auch wenn der abhaut müssen wir wirklich gucken ob der crime ist weil ein fehler und beim job endet auf jeden fall moin servus moin sollen wir den lambo blitzen kann wir blitzen dem mal wenn der jetzt hier volle volle vorbeifährt ne ne wollte es noch nicht raus zieht er das so schlagen ihm mal eine rein hier ich schreib mal what's what's your what's your problem die gar nicht weiter halt ich hinter das schild ohne das ist nerviger das ist das kopfheimer geht und wir fahren wir fahren einfach weg müssen gleich driften versuchen dir das mal so wichtig weg zu driften und dann nicht daraus so ein kleines ja voll weg driften was würdest du denn so aus diesem driften machen ja ich kann irgendwie nicht driften hier auf so einer scheiße welchen kann ich probieren gleich gibt es um die älter und es gibt man mit gästen es gibt es der erst der erst das am ende vom video schick hat man hier den porsche den wollte ich mal angucken ich bleibe auf der auf ich habe nämlich das gefühl irgendwie dass der das ist der ist wieder da, komm und einfach da eine Lambo ganz komischer Typ hier ok jetzt haben wir nicht gesucht hm Tisch werden wir ooooola ok ne Levi ist gesucht oder wer von anderen sagt Leifi oder I don't know ja mein Auto ist gleich down hoffentlich, zum Glück bekommt man dafür keinen CEP sonst war mein Job jetzt schon lange weg weißt du, man hat Platte Reifen aber wir haben ihn nicht eigentlich da kann ja geeees geeees auch hörst du singen ne gas gas hier hat jemand einen Anruf gesendet oh mein Gott die ist die ist gesucht die ist gesucht oder? hab sie getasert und festgenommen let's go unsere erste Festnahme als nur zwei CEP Job Bulle oder ah die war auch gesucht lol let's go da haben wir beide welche guck mal die Sache ist auch die hätten keinen Notruf senden sollen da hätten wir die jetzt auch nicht gefangen Hi Bestie Perfekt Digga Hi Bestie ja er hat doch angefangen nicht was ich verlasse oh mein Gott das war so knapp kann ich auch wir haben ja beide eine ich habe eine und du jetzt haben wir beide XP bekommen und ich steck jetzt die andere sein Knast weil die eine ist gelieft die andere Tafel stopp genau digga ja perfekt weißt du was ich auch immer hasse so die Leute die liefen immer die eine ist gelieft jünger die kleine oh mein Gott 5 zu XP hab ich einfach grad zu die einladen bekommen ich hab nur 30 gekriegt wenn die eine schlappe gelieft ist oh mein Gott komm save noch mehr aber ich wusste dass die kriminell war weil ich kannte ihren Namen noch guck mal kurz wie viele krims haben wir noch wir haben noch kania mann das war die in den Audi die hatte auch so komische Flügel auch schon heute nachts so ein Liedern im Audi das ist ein Polizist oder? ist das nicht Anakawa Polizist ja das Polizist ja okay die ist grad nicht mehr wanted das hab ich grad gesehen oder ne ich hab da nicht noch nicht auf jaa die wirklich Leute ich hab so am ne doch doch oder ne 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 der ist nicht der ist nicht lauf ja aber das ist das hätte ich halt jetzt aus Versehen einmal gedrückt Junge ich wäre direkt vom Job gefeuert jaja okay wir haben noch ne Lena die ist gesucht und er ist auch gesucht und rtx rtx 50 und 837 der platte reifen der platte reifen hier ist einer im auto hier ist einer im auto aufpassen ich kontrolliere kennzeichen der ist nicht klein der ist nicht klein der ist auch nicht gas 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 ja wir können das auf jeden fall wenn alles auf jeden fall unser job verliert dann ist das video zu ende moin servus moin ich gucke mal straftaten sachbeschädigungen jubiliere auf und einfach mit schluss und hat auf jeden fall erwarten der bacon aber warte mal dass jemand beim dealer den kann wir schon wegkämpfen wenn er sich eine knarre kauft müssen nur noch warten dass sich eine kauft statt dass noch nicht bleiben oder ja heiß oh naido du musst ja mal die neuladen der ist noch nicht sonst würde der instant angezeigt werden wenn du so nach angegangen bist glaube ich ist er jetzt weg gegangen ich hab schon ein bisschen schiss vor dem ok dann lass wieder abhauen nee 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 der kann ja gar nicht sein wir tun so als würden wir abhauen wir haben jetzt wieder drei crimes nämlich einmal leo und der schritt roblox leo und der schritt roblox oh mein gott noch mehr als der sterne merkt ihr mal so eine komische und hier einmal fabio ja man kennt den typischen fabio denn jeder ecke sport okay am juwiliere ist richtig was los gerade ach nee das war doch den den wir schon mal hatten oder mit den plattenreifen wo du gesagt hast der ne ne der ist nicht das war's mit dem video